Willkommen zurück, let's play Kirby's Funpack. Ich Idiot, hab zu früh auf den Knopf gedrückt. Ist aber nicht schlimm, wir fangen gerade an auf dem Mech-Ei. Und, äh, ja, ich weiß, es sieht aus wie bei Revenge of Meta Knight auf dem Schiff. Ist aber gewollt, weil denen, denen es vielleicht aufgefallen ist, ist auch dieselbe Mucke. Wow, das war knapp. Äh, kommt, leckt mich. So, bam, bam. Bam. Ah, du dreckiger Kepsel, ey. So. Weil auch hier ist eine Fähigkeit, hier sind zwei Fähigkeiten versteckt. Ja, kommt schon. Die eine ist in dieser Tür. Und da gibt's auch einen Trick. Und zwar brauche ich dafür die Stone Ability. Abkürzung. Und schon haben wir die Jo-Jo-Fähigkeit. Jo-Jo-Fähigkeit ist auch extrem praktisch. Manchmal. Und man hat denn etwas Höhe. Ja, ich warte mit dem Jo-Jo. Ach. Fuck that. Wieso komme ich da nicht hoch? Ach, doch, geht doch. Und, äh, irgendwas habe ich da ausgelöst. Ah. Ah. Mancari. Wow. Au. So, wartet jetzt hier, wartet. Ja, wie schon gesagt, einfach auszulösen. Mit der Jojo-Fähigkeit. Fast so cool wie die Beam-Fähigkeit. Aber auch nur fast. Apropos fast. Nächste Fähigkeit. Hier ist sie irgendwo. Das Problem ist nur, ich weiß nicht so genau, wo die ist. Du stirb, gefälligst du Penner. Nein, das war sie nicht. Ich weiß aber, sie ist hier irgendwo. Stirb schon. Auch nicht. Das war nur eine Maximum-Tomate. Nehmen wir mal lieber Hammer. If I had a hammer. A hammer in the morning. War auch nix. Verflickst. Wo ist sie denn? Au. Bam. Stirb. Hm. Okay, auf diesem Stockwerk war sie also auch nicht. Dann hier vielleicht. Ah ja. Hier muss sie sein. Nein, ist sie nicht. Aber das ist die Tür zum Endboss. Das ist ja alles schön und gut. Aber ich brauche doch die Fähigkeit. Ja, das war ja leicht. Ich weiß, ich weiß. Das ist ein bisschen nerdy hierher, weil ich das so mache. Au. Du sollst dich nicht weigern, ey. Jetzt kriegen wir Stress hier. Aha. Plasmafähigkeit. Die kann ich beim letzten Kampf ganz gut gebrauchen. Ich muss nur gucken, weil er dir... Ja, doch. War richtig. Und jetzt, Leute. Der Heavy Lobster. Ich diesen Scheißroboter hasse. Wollen wir uns mal ein bisschen aufladen hier. Bam. Das hat sie jetzt gebracht. Bam. Ja, ja. Mach du mal. So. Aufladen, 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 aufladen. Bam. 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 Weil ich eigentlich sagen muss, da kann man so leichte Sehnscheidenentzündung kriegen, wenn man ständig auf dem, auf dem Deephead rumhackt, wie ein Blöder. Aber nur so kann man Energie sammeln für die großen Attacken bei Plasma. Die ziehen, die hauen aber dafür auch ganz gut rein. Naja. So. Der letzte Planet. Full Moon. Ne, oder was? Half Moon. Ich glaube Half Moon heißt der. Ach, ist auch egal. Machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Ciao.